Alpink Töne Prozent Schrofflinter Munitionskiste brauchen zu vor Ort ist ein Gewehr weiter kann man sich so kaufen sind wieder herrscht okay dass die Ausrüstung sind doch scheiße all den Leute hier sind Waffen drinnen die was aber sind aber ich kaufe mir glaube ich den Bogen ohne Spaß die Kammerler haben was ich eigentlich nur kaufen also mit echten Geld da kann man es irgendwie finden das kannst du nur kaufen aber siehst du ab Seite 3 bei den Waffen sind da so die meisten Waffen kannst du auch mit dem in-game Zeugs kaufen ach ja das sind aber nur die Blaupausen ja die Blaupausen ja das das heißt einfach Blaupause weil es so blau Dings weil es halt mit dem blauen Dings bezahlt wird Skizzen aber du es dann mit irgendwelchen Materialien oder was und dann äh ja ich glaube schon ich muss Prozent Prozent meine ganzen Waffen ich glaube ich brauche 45.000 weil ich glaube ich war dann auch auf dem Bogen ja aber wenn man den zusammenbauen muss das mit den Teilen ist voll scheiße glaube ich ich habe eine Quizfrage wie heißt das Schwert Skarner 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 ich kreife an die Doppelskarner die sind geil nee also wenn dann kaufe ich mir Reißzaun aber das kostet ja auch echtes Geld Reißzaun wo ist ja nein das kostet nicht die 45.000 kosten die und äh Reißzaun ah doch ja der schon ja Reißzaun Blaupause ja ok aber da musst du mitteilen musst du das Zeugs dann zusammenbauen ja ich kriege schon ihn nicht zusammen ja ok also ich koste die Städte steigen die Doppelhitzeschwerte also was macht doch das Doppelhitzeschwert habe ich ihm auch schon gedacht zu kaufen ich ja toll das Doppelskarner gibt es gar nicht das Blaupause das Doppelhitzeschwert ist ja auch so äh Doppelskarner Blaupause hab ich wohl 10 hier glaubst du so war dass diese Scheiß Blaupause zeigst eh also also ich war jetzt auf dieser Bogen Blaupause ich glaube ich auch 5000 Meter hab ich das schon ich brauche ich spreche auch auf die Latron da bin ich äh unser guter alter Schrotflinken ja aber die Latron die kostet 50 oder ja 50 alter die Latron ist ein halbautomatisches Gewehr seine hohe Genauigkeit macht das Latron zu einer tödlichen Waffe in den Händen derer die genau zielen können perfekt für mich ich glaube es ist keine Schrotflinte ja Schrotflinte ist egal Doppelskarner blingst voll ist genau gleich gut wie Skarner fällt mir gerade auf vielleicht so machen wir weiter äh ja Attentat ist das nächste ja ich hab's gesehen ok die machen wir noch die Attentaten dann da haben wir drei schon drei Dings aufgenommen und ich bin bereit nun auch nachdem auch gleich starb und geschehen ich werde danach schließen Dings die Aufnahme beenden und wieder kurz in den Shop rum schauen gehen Gammeln 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 und mir vielleicht die Bogen Dings kaufen dann habe ich vielleicht genug je nachdem komm schon 60 Frames ich nehme auch 30 wenn es sein muss Dekke einschlagen Dekke einschlagen und reingeflutscht nämlich Tartus ist immer der Anführer ja weil ich das Dings hoste wahrscheinlich Dekke einschlagen Wesen von mir gespeichert ist die Pinke Schwuchten Wurzeln so wie ich hab's machen das war einfach zu kalt Dekker 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 ich glaube dass die Kanäle nicht oder über ich glaube auch nicht sie jetzt nie erfahren nur wenn du das mit dem Zeitraum die Aufnahme wird gelöscht die wird bestimmt nicht jetzt habe ich gar kein Problem ist ab 60 Ketten wo sie eigentlich der andere hässliche da immer das ist der Endboss wird das dann oder ein solcher von dem Planeten vielleicht ja aber nicht der Kassel es gibt ja von dem Planeten ist der erste Endboss ja 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 ich habe mich nur über das Leben informiert ich habe der Wurfmess nach mir geworfen oder sowas ich habe mein ganzes Schild weggemacht mit einem Schlag Echt und mit Komplett was ist das hier die Ecke geslidet heldenhaft ja das ist das Bild so Decken suchen und dann ja nee ich weiß die Steuerung ist manchmal noch nicht ganz so ich hab's auch nicht so im Griff probier mal um der Luft zu sliden geht auch ne ich nicht also springen und sliden gehe ich nicht ah ja doch geht natürlich boah wie geil man muss ja erst sprinten um zu sliden ab dass diese Kugel noch nicht haben verwundert mich nur ein Stimmst erst eine bei ihr volltreffer voll an die Brust ja die trifft ziemlich gut er kann man doppelt machen äh hier müssen wir lang eliminieren das Ziel wer auch kommt hier wer fehlt noch ich will doch ich habe ein bisschen ein ich hab noch damals mit Behälter entdeckt wir warten hier auf dich wir warten ich ich könnte eigentlich wieder mal mit der Pistole er könnte hochfahren ich bin nämlich schon oben ah hä du Cheater ey du hast umgelaufen Musho du Cheater hat sich da hochgecheapt also wer läuft heute und dem Fahre äh den Aufzug den Fahrstuhl Brand ey wow 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 da kommen etwas Cheater ne Ihr habt ja euch eigentlich noch keine Fähigkeiten gegeben. Ich noch nicht. Nein, weil ich nicht weiß, wie das geht. Ja, das machen wir nach der Aufnahme. Oh, oh, wir sind fast. Nein, wir sind fast. Das ist nett. Das macht einfach Spaß. Ja, wenn du selbst nicht da stehst schon. Oh ja. Hä? Ach so. Aber wir müssen hier nach unten, glaube ich. Ach da, nee. Da durch das Rohr. Bäm. Jetzt noch ein Gegner. Muschuh. Ja, ist egal. Die kriege ich schon. Das ist ein normaler. Ach, das vorhin war aber eine Sondermission, die auch ziemlich... Eigentlich schwer war im Gegensatz zu den anderen Zeugs hier. Also, denn das First-Person-Shooter... Das Hammer. Das ist First-Person. Ja, First-Person war geiler. Ja, stimmt schon. Ich habe auch lieber First-Person. Das ist ein bisschen zu unübersichtlich. Vielleicht ist es ein bisschen zu unübersichtlich. Ja, ich muss sagen, ich muss mal ein bisschen zu... ... das ist ein bisschen zu... ... das ist ein bisschen zu unübersichtlich. Das ist ein bisschen zu unübersichtlich. Ja, komm. Das hat nichts gemacht, ist ganz toll. Oh, ich habe noch neun Leben, ich muss ja weg. Erippas ist am Boden. Alter, das geht so überhaupt nicht. Ich habe ihm noch ein Frame. Äh, ja, und so... Und da... Du bist damit am meisten live, ne? Ja, ich habe noch gar nichts verloren. So, jetzt steigt die Frameanzahl wieder. Alter, jetzt sinkt die gleich wieder in den Keller. Söte den, äh, Soldaten. Erippas. Sobald ich einen Schritt mache, sinkt das Ganze wieder in den Keller, ey. Wow, ohne Scheiß. Ist gleich down, der Käpt'n. Echt? Geil. Ja. Ha. Jetzt kann ich euch wiederbeleben, da oben. Yay. Ich bin tot. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Ich habe eigentlich wiederbelebt. Ja, das kostet dich ein, so ein Zeugs. Das ist ziemlich schlecht, wenn man die jetzt schon braucht eigentlich. Ja, äh. Ja, ich weiß, lässt es nicht vermeiden manchmal. Ja, vor allem, wenn du grad nicht spielen kannst. Ja, ich weiß, jetzt geht's wieder. Er wie der Boss, einfach so lange der Boss gelebt hat, irgendwie. Auch als die Zwischensequenz begonnen hat von dem Boss, hat es so geleckt. Mhm. Ich weiß jetzt mal. So, was müssen wir jetzt machen eigentlich? Weiß auch nicht so genau, aber wahrscheinlich ist das Level schon zu Ende. Das Level ist eigentlich schon zu Ende sollte ich was. Da ist so ein Schwein mit Schild. Schwein mit Schild. Ja. Aber ehrlich, glaube ich, eine bessere Nahkampf war für eigentlich auch mal ganz nice. Also das Schwertige schon. Ich habe einst gedacht, dass ich Nahkampf nicht so verwende, aber... ...eben, doch... ...wenn ich schon, äh... ... dass nachkampelst du ja kommst. Das ist kleinere Gegner. Ja, aber mittlerweile brauche ich so viele Schläge für den Gegner, irgendwie. Äh, ich hab's... ...ehm, ich hab's... ...ehm, ich hab's... ...ehm, ich hab's... ...ehm, ich hab's... ...ich hab's... ...jumper, ey. Jump und... ...jumper. Ja, wir müssen dahin, wo wir hergekommen sind. Okay. Ja. Und ich jump herum. Äh, hab's auch gerade gespielt und gehabt. Ja. Was haben wir? Ey! What the fuck, Junge! Nääääh. Huch, kommt auch nicht rein. Hattest du Gegner? Mushu? Nein, ich will da runter. Okay, ich hack das. Ja, warum ist die Tür zu? Äh, ich und die pinke Schwuchto sind ausgesperrt. Ausgesperrt? Ja, wir kommen nicht zur Tür. Was? Geht doch. Geht doch. Eri, passest ins Ausblick. Zwischenlos. Bam. Äh, was? Ah, ja, sorry, tut mir leid. Also, eins nicht. Wow, jetzt. Endlich. Das mit den Legs wieder. Oh, ich wollte schon sagen, es geht wieder, aber jetzt. Gleich in dem Moment. Müssen wir da durch die Röhre, oder was? Ja. Äh, und dann durch die Weite. Von rechts. Oh, das kommt, das geht ja noch weiter. Mushu und ich haben es erst nicht gecheckt, irgendwie wieder. Ja. Man checkt sie überhaupt los. Ja, normalerweise checkt es ziemlich gut. Das kenne ich anders. Oh, so. Ist aber so. Ja. Ja. Ja, okay. Was Minecraft, wo du dabei warst. Ja. Oh. Ja, auch da habe ich es gecheckt. Ja. Ja. Wow. Traber flood. Ja, ich have. Okay. Töcher hat das doch ganz unters segunda. Ja. Wie heißt das? vorliegen was immer wieder jetzt nicht mehr der durchstütteln Kupfen und ich bin wie sie sich nicht aufpassen die Zielgruppe nach oben ich brauche ein besseres Schwert ohne Scheiß erst im Bogen dann bis aber das kann er sich so cool ja egal nebenbei das kann er heißt an dem Fall das Doppelkaner er hat das da haust du dabei ist eine 25 ich weiß nicht mehr sein Preis Organ Shatter er was hast du nehmt Mut was ist eigentlich kritischer Schaden was ist kritischer Schaden wenn du einen Kopfschuss machst vermute ich schon ja manchmal ist so eine gelbe Zahl so ich glaube das ist kritischer Schaden gelbe Zahl habe ich geknickt oh da muss man gar nicht hin doch zwischendurch ja wo muss man denn hin eigentlich auf die andere Seite da wo ich rüber gesprungen bin naja abverlegt wie kommst du da rüber durch die Röhre da oder was kann das sein ne oder was sind die Röhre überhaupt hier rauf NEIL aaaaaaah da ist ne Schnur ja ich seh die Schnur aber das ist um hier hin zu kommen ist die nein da kann man ja gar nicht durch ich muss scheiße ja war er geht als Eisbruch ja wir haben rechts das war natürlich war ich schon irgendwie aber dadurch das ist das ist er ist auch das aber das natürlich aber die geht nicht auf die eine ja aber ich hab was die Brüder was sie wieder herkannt ja hierher gekommen das Spiel mit Tausend Riesel aber runter müssten wir mal hier hoch kann man wo da wo ich bin da so die Felsen hoch Moment ich weiss nicht wo ihr seid ja da wo du vorhin warst dort beim Seil halt ich komm gewahrt ich komme ja ihr könnt auf der Map sieht man diesen Weg den Stein hoch dann hier rum tut was ja sind die auch Gegner noch oder ne die schon Warte kurz ich gehe da rechts hoch noch die Röhre hoch ich will wissen was da oben ist da kann man noch Gegner Leute ja ich komm gleich hier war nichts oh ich und ähm Musu ne das ist irgendwas ja ich kenne alle Musu bis zum Hacken ja hast du es geschafft ja ich müsste öfters auf den Kopf schauen als sowas wie Granaten gibt würde ich sie so verkaufen er hat es die Schilder entgegen das wird mich als um einbringen ja wie ist es ist ja alles das ist doch Betan zu haben aber warte mal bete ist doch äh schulis oder ich würde eigentlich die Alpha sind ne ne das ist Beta ne Alpha ist es nicht ach so ne mein Schwert ist so viel Arsch ey äh äh das ist gleich ja ich weiss schon aber das ist ganz schön geil langsam werde ich Standard Waffen ein bisschen schwach ja also es geht immer noch aber es wird schon mal Zeit für was Neues super Ehrepass wo seid ihr eigentlich seid ihr auch am Kämpfen ich habe Ehrepass schon durch okay Lüte Ehrepass haben sie schon das ganze Spiel durchgezockt ne äh Musu er hat sie gleich bis Minuten an dem Ursch und wir sind glaube ich falsch hier aber trotzdem es wird nur an die Arbeit ja aber auch der Erkreis aber auch auf der Metz siehst du ja wo man könnte auch mal richtig genau hier sind voll viel Gegner ist eigentlich ganz gut das Volker große Bereich vielleicht gibt es noch was schönes für uns wo ich habe fast keine Munde mehr Ok ne hier ist nichts hast du was bekommen Gewährmutation aber das ist ja wow wir müssen rechts links ja wir müssen rechts aber rei er gibt der ist sechs explodiert das ist ich vor der große Bereich aber auch noch fehlt ist Prozent Deutsch zu treten was treten ja wir sind ja nicht bei Schieber ne ne das ist zum Beispiel nützlich zum Beispiel nützlich zum Beispiel so komm egal welches Spiel alle betreten können er hat er kann sie ja wenn man es braucht alle Leute treten nur dass man immer nicht treten kann ja eben aber du willst es trotzdem ja genau muss hier richtig alle leute treten er muss ich glaube ich dürfte alles wieder zurück bringen kann das sein okay alle alle leute treten er hat du ich bin du schulst du bist so schnell hierhin gekommen ich habe eine Weichkeit eingesetzt und der Volk das ist der Asus gesehen dass alle Klasse ab blankiert jetzt überlegt wird gut oder noch mit Doppelpistole rein er hat es kostet aber auch wieder 15 sind ja er selbst ruft aber Pistole ich kämpfe gar nicht ich werde von dem Abbruch uns ja auch hier aber ja es ist gut ich krieg halt hier am Boden ja die Porto und Pistole er hat sich hier aber das ist so weit bei den schwierigen stellen wir mal erregt werden wir passen du nicht mehr wir sind es geht davon eben runter kann das sein seit er hat wird sie empfiehlt er hat mich nicht und ich weiß ich glaube sollten sie holen oder er es ist auch weg auf dem Weg sind schon seit fünf Minuten da und ihr braucht noch hier hoch und dann habt ihr hier erkundet und gibt es noch Juli der Kost an dieser Zeit achten muss ich wahrscheinlich zuerst als er da seid ihr hier ich schaue weg die euch den Röttern hat er die Seite voll weit gekommen ja wir haben schon die ganzen Gegner abgestimmt Netzlob und was für sich hat haben da sogar schon Barbecue vorbereitet ganz lecker wir waren schon daheim waren ja insofern hergekommen okay und Mission abgeschlossen also ich habe voll viel Erfahrungspunkte ich habe gerade ich werde 5 Burstern schon auf Rang 4 ich werde ich bin ja auf Rang 5 mein Schubliat ist ja Rang 5 aber du kommst auch nice meins ist 6 ganz knapp neue Feuerwaffen wisst ihr das gerade? also Feuerwaffen ja 6 war es 6 war es ja bei mir auch etwa ja okay aber ich will jetzt hier beenden Venus und ab Apollo droht Venus ist ein neuer Planet das heißt Apollo 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 ja das machen wir dann anders mal wie gesagt wir beenden die Aufnahme ich und ich weiß nicht ihr vielleicht auch geht noch kurz in den Shop also wundert euch nicht falls wir nächstes Mal voll overpowered sind ja Leute das also ich bedanke mich fürs Zusehen ich hoffe ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder zu bei Let's Play Warframe bis dann Leute tschüss tschüss tschüss